Den bringt Vanicek, Janza, und da ist Baumgartel! Timo Baumgartel! Gerade er ist 18 Jahre alt geworden, dürfte eigentlich noch in der A-Jugend... Nach 5 Minuten und es ging nicht besonders gut weiter. Hasimi ist das. Der lädt Laurito zum Tänzchen! Ein 18-Jähriger naht die Abwehr! Und drachen wir uns da! Hier erstmal die Zirkusnummer! Stop in my mind, my mind, my mind! Vene, Breyer, feines Zuspielaufgrüß! Eine Sache für den aktuellen Mister Selbstbewusst! Für Alexander Riemann! Der eingewechselte Zima, Muscle Zima Flachodimus! Stop in my mind, my mind, my mind, my mind, my mind, my mind! Der Stuttgart hat Anstoß in schwarz und der Gastgeber scheint diese Tatsache nicht ernst zu nehmen! Schlag mit der Leipzig! Die Stuttgart hat Anstoß in schwarz. Der Stuttgart hat anbieter zwischen 10 Jahren in der Breyer und der Leipzig! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Janzer, Gümüş, 1. Manuel Janzer, Wenzel, Fehler, Daniel 4, 0, 1. Zenebex, Eintrachtler gegen Wiemann, Jalci auf B, das ist Sinan Gümüş, 19 Jahre jung, der spielt einfach mal alle aus, geht in den Strafraum, versucht das Spiel zu machen und Stuttgart hat die Chancen. Nächstes Beispiel, na klar, das ist wieder Sinan Gümüş und dann kommt am zweiten Posten Krüttner. Hier noch ein Haken, da noch ein Schränke, das zuspielt. Marco Krüttner, die Führung für den VfB. Und bei der nächsten Gelegenheit zählen Sie ruhig mal den Känzisch. Das ist wieder Sinan Gümüş gegen den ersten, zweiten, insgesamt sind es fünf WM Wiesbaden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020